Kim und Jan sind schon eine halbe Stunde vor der Abfahrt am Bahnhof. Pünktlichkeit sind sie seit Moritzburg gewohnt. Mi und ihre Freundin kommen erst fünf Minuten vor der Abfahrt. Nach dem Wasserpuppentheater haben sie noch einen Schrauffensterbummel gemacht. Schwankenwärterin Frau T. wappnet sich. Um sie herum tobt der Verkehr. Doch sie wird ihm gleich Einhalt gebieten. Herrn Wanns wichtigstes Instrument ist die Hupe. Ohrstöpselvertreter müsste hier ein einträgliches Gewerbe sein. Der Blick aus dem Zug ist wie ein Logenplatz im Theater. Unsere Leute sind so undiszipliniert. Ich muss ständig aufpassen. Gleich nach Ende des Kriegs habe ich als Lokführer angefangen, als Nord- und Südvietnam wiedervereinigt wurden und die Strecke wieder durchgehend befahrbar wurde. Seitdem heißt dieser Zug Wiedervereinigungsexpress. Auch wie man ordentlich Becken bezieht, hat Jan in Moritzburg gelernt. Kim ist schon lange fertig und liest noch ein bisschen, während der Zug durch die Vororte von Hanoi umbilt. 44 Stunden braucht der Wiedervereinigungsexpress für die 1700 Kilometer. Über Hue, Danang und Natrang bis nach Saigon im Süden. Am nächsten Morgen. Wir fahren im Schneckentempo, denn die Strecke stammt noch aus der französischen Kolonialzeit, die 1954. Seit einigen Jahren lebt Mi wieder in Vietnam. Und muss sich daran gewöhnen, dass hier Traditionen das Leben bestimmen. Junge Mädchen von der Familie bemühtet werden. Manchmal vermisst sie das Leben in Deutschland. Inzwischen lebt Mi bei ihren Großeltern und lernt nach und nach ihre Verwandten und das Land kennen. Man verhungert nicht auf einer Zugreise durch Vietnam. An jeder Station gibt es auch noch 60 Jahre nach den Franzosen genießbare Baguettes. Und wer morgens schon Reis mit höllischarfer Soße verdrücken will, kommt auch auf seine Kosten. Das Zugpersonal hat beste Beziehungen. Bei jedem Halt prüfen Klopfer sorgfältig die Bremsen und lauschen auf deren Geräusch. Klingen sie nicht richtig, wird der Wagen abgekoppelt. Doch alles ist in Ordnung. Der Wiedervereinigungsexpress bräut weiter in den Süden. Kim und Jeanne haben es sich im Restaurantwagen gemütlich gemacht. Es gibt Bauern, erklärt uns Kim, die lieben ihre Felder so, dass sie darin beerdigt werden wollen. Die Steine mitten im Reisfeld sind Grabmäler. Wir sind kurz vor Rui und werden gleich den 17. Breitengrad überqueren. Zwischen 1954 und der Wiedervereinigung 1976 war er die Trennlinie zwischen Nord und Süden. Die Bambusfrau verkauft selbstgemachte Teigtaschen. Wenn die Züge durch sind, beginnt für sie die zweite Schicht. Für die Schönheiten der alten Kaiserstadt Hue hat sie jetzt keinen Blick. Sie muss rechtzeitig auf dem Markt sein, ihre Stammkunden beliefern. Seit 40 Jahren wippt sie sich durch Hue, auch in den schlimmen Kriegszeiten. An der Schlittstelle zwischen Nord und Süd tobten damals heftige Kämpfe. Hue wurde von den Nordvietnamesen besetzt, dann von den Truppen des Südens zurückgehobert. Für die Kinder ist der Krieg Geschichte. Der kleine Junge, erzählt die Bambusfrau, kommt jeden Tag nach der Schule. Seine Mutter muss arbeiten, denn Schule kostet Geld. Hier kann er sich für ein paar Domen Huxat essen. Der Zug rattert nach Danang. Für die kleine Schneiderin ist der Krieg weit weg. Natürlich hat sie in der Schule gelernt, dass amerikanische Truppen 1965 am Strand von Danang landeten und der kapitalistische Süden unter Führung der Amerikaner gegen den kommunistischen Norden hängt. Gleich erreichen wir Danang und Hoi An. Der Zug windet sich jetzt über den Wolkenpass, der so heißt, weil es hier fast immer dunstig ist. Ein paar blinde Passagiere sind aufgesprungen, denn manchmal fährt der Zug nur im Schritttempo. Als wir in Danang einlaufen, ruft Schneiderin Lingen gleich ihre Chefin an. Ja, alles hat gut geklappt, ich bin pünktlich zurück. Abends wird es romantisch in Hoi An, aber wir müssen zurück zum Bahnhof. Inzwischen ist ein neuer Lokführer eingerückt und hat Herrn Wann abgelöst. Bald wird der Wiedervereinigungsexpress Natrang erreichen. Nach ein paar Minuten kommen wir mit dem neuen Lokführer ins Gespräch. Im Herbst gibt es oft Typhoon. Wenn so einer übers Meer fegt, wird die Strecke geschlossen, weil wir haben stundenlange Verspätungen, weil das Gleis unterstützt wird. Jetzt sieht es harmlos aus, aber bei einem richtigen Sturm fliegen wir davon. Heute ist alles friedlich, frischer Tee ist aufgebrüht. Wahrscheinlich schwebt Bauern Yen mit seinem Wasserbüffel so ein Leben vor. Im Zug durch Vietnam schaukeln, in Modejournalen blättern, ein bisschen aus dem Fenster schauen und mit dem Bettnachbarn von oben plaudern. Wir rollen in Natrang ein und beschließen, Ty in ihr feines Hotel zu begleiten. In den Bungalows, in denen Touristen allein oder zu zweit wohnen, könnten ganze vietnamesische Großfamilien leben. Doch Chi stört das nicht. Sie arbeitet in der Wellness- und Massageabteilung und knetet gestresste Menschen aus dem Westen durch. Vietnam setzt auf Tourismus. Die Ausländer sollen Geld ins Land bringen. Die einstündige Massage kostet 50 US-Dollar. Chi verdient umgerechnet 100 im Monat. Aber neidisch ist sie nicht, im Gegenteil. Wenn mehr Touristen kommen, verdienen auch wir mehr Geld. Das ist gut für das Land und auch für uns. Ab und zu erhält sie Besuch von Herrn Huy. Auch er hat seine Kindheit in Moritzburg verbracht. Später arbeitete er als Bibliotheksdirektor von Natrang. Als Chi noch studierte, hat sie sich oft Bücher bei ihm ausgeliehen. Herr Huy ist empört, dass Chi nicht weiter studieren kann, weil in Vietnam jetzt Schul- und Studiengeld bezahlt werden muss. Weiter geht es von Natrang in den Süden. Morgen früh werden wir in Saigon sein. Um 5 Uhr morgens sind wir in Wu Chi Minh-Stadt, alias Saigon, angekommen. Auch Bau hat es gleich geschafft. Ich muss jetzt schnell noch die Bettwäsche einsammeln und putzen. Und dann fahre ich auch nach Hause. Saigon steht immer noch am Bahnhof. Pragmatismus auf Vietnamesisch. Das Gewusel ist lebensgefährlich. Doch es herrscht friedliche Koexistenz. Zwischen Onkel Hu, Gucci und Pucci. Es gibt Luxusläden, Banken, rote Fahnen. Mehr als 30 Jahre nach Ende des Krieges ist das Paris des Ostens, wie die 5-Millionen-Metropole auch genannt wird, wieder wirbelnd, flirrend, rastlos wie einst. Die Vietnamesen kriegen das alles unter einen Hut. Lächelnd versteht sich. Das ist eine Fläschung. Und das ist ein Irrensäge. Also hier wird noch eine Fläschung. Das ist eine Fläschung. Das ist eine Fläschung, die die Fläschung. Untertitelung des ZDF, 2020